Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Among Us Video hier auf meinem YouTube Kanal. Wir haben die Runden mit Krulink gespielt und das bedeutet wir konnten uns in-game unterhalten und dabei entstanden natürlich so einige Situationen, die wirklich super lustig waren. Ich habe die beiden Runden, die ich jetzt für euch hier habe, zusammen mit der lieben Aschani als Imposter gespielt und ich muss sagen, das waren zwei richtig sanige Runden und wir haben richtig, richtig abgeräumt. Leider gab es bei der zweiten Runde am Ende einen kleinen Bug, aber ich finde, ich habe das eigentlich ganz gut gelöst. Ich möchte euch auch nicht zu sehr spoilern, von daher sage ich einfach nur, guckt es euch an und ihr könnt mir dann ja in den Kommentaren schreiben, ob ich die Situation gut gelöst habe oder nicht. Wenn euch das Video gefällt, dann drückt doch gerne mal auf den Abo-Button und lasst einen Daumen nach oben da. Außerdem habe ich ein neues Intro für euch erstellt und genau mit diesem Intro starten wir jetzt. Von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei Immong Us. Ich bin Imposter, Leute. Tim, hast du mich? Ja, ich habe ein Glück, ohne Scheiß. Ja, zu mir. Ah, die Post habe ich schön. Schon gut. Ich bin... Nee, schon wieder. Shelley. Shelley. Wo bist du? Hallo? Hallo? Wer klickt mir? Hallo? 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 Ich gucke hier auf den Admin-Panel. Hi! Loll, geil! Nicole, Karma, Nicole, Karma! Sorry. Oh, Leute, wer hat denn Berit getötet? Ähm, Nicole liegt im Lab und der Info ist gerade durch Deacon abgehauen. Ich bin ihm hinterher, konnte ihn aber nicht mehr erkennen. Ähm, nur kurz, ich habe gerade eine schlechte Geschichte. Ähm, war Nicole gerade die, die immer gesagt hat, hey, Tim, Tim, hörst du, hörst du nicht? Hörst du nichts? Oder war das der andere? Ja, ja, war sie, war sie. Okay, Nicole, wir hören dich nicht. Also, Chaos Keksi war gerade an der Lifeline, ist mir da gerade auch entgegengekommen und hat da schon gesagt, Jo, Schwarz, äh, ja, ich habe Schwarz gesagt, aber ich meinte Braun. Achso, du hast Schwarz gesagt. Ja, ich habe mich versehen, da war ich meinte Braun. Ich kann jetzt trocken gehen. So, äh, wo ist die gleiche? Die ist zu alt für dich, Tim. Das ist jeder von euch. Also, ihr Tim. Also, Tim, ich bin nicht zu alt für dich. Ja, aber wo liegen denn die Leichen jetzt? Das ist die wichtige Frage. Nicole habe ich gecallt, die liegt in Lab, ähm, Imposter ist in Deacon rein. Achso, durch Deacon raus, ja, 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 okay. Hier wissen wir nicht. Äh, Hamming, hast du auf dem Table geguckt? Weil da bin ich nicht mehr zugekommen. Ähm, ja, aber ich habe nur ganz kurz gesehen, zwei in Lab, habe ich gesehen. Und die Leiche dann? Und ich glaube, boah, keine Ahnung. Ich habe nur ganz kurz drauf geguckt. Ich war am Bohrer, habe Nicole, glaube ich, was gehört. Dann ist das Gespräch abgekattet, bin direkt rüber gelaufen. Die Leiche ist drei Sekunden. Okay. Beziehungsweise, ne, ich bin schon noch hinterher gelaufen. Was die von Nicole oder was? Ja, also drei Sekunden ist gelogen, weil ich bin drei Sekunden zur Leiche gelaufen und bin ja noch in Deacon hinterher. Dann lass es mal zehn Sekunden alt sein, maximal. Ja, warst du jetzt drei oder zehn? Zehn. Ich habe vergessen, dass ich hinterher gelaufen bin. Also dann fällt Keksi für mich raus, weil die kamen bei mir angelaufen. Ja, die habe ich oben auch an der Lifeline gesehen. Also für Nicole kann ich zumindest Tim und Huffle rausnehmen. Aber nur für den Killer auf Nicole, nicht für Bier, weil ich nicht weiß, wo die liegt. Wissen wir, wo die liegt? Ne, nicht, darum fällt die da nicht raus. Achso, ne, Bier? Keine Frage. Leider nicht. Der Killer, er ist unter uns. Moin. Na? Er läuft in unseren Bungen, warum? Es wäre halt jetzt schon ziemlich komisch, dass wenn Hamming jetzt schon wieder wäre, ne? Hamming hat einfach im Postepass. Ich schreibe gerade, ich schreibe gerade. Ich schreibe gerade. Tut mir leid, dass ich so leise war. Was? Äh, ähm, gerade Kathi. Ja, ja, Kathi. Ähm. Ne, ne. Ach, 112 Grad? Das hatte ich ja noch nie. Und, ähm, ich habe die Taske gar nicht. Ich habe 321? Kathi hat ja, Kathi hat. Also ich kann gleich einspringen. Okay. Oh geil, ich freue mich ja schon drauf. Okay. Ich habe Angst vor dir. Ja, ich laufe aber hier lang. Oh. Stivo, kommst du mit? Ja, Sigi. Machst du mich jetzt wieder tot? Ich habe nur dein Ohr gehört und dachte mir, kann das Stivo sein? Oh, geil. Oh. Ne, du musst dir nicht gegenschalten. Gönn ihn dir. So, hab ich. Wunderbar. Oh, wow. Hallo. Oh nein. Na toll. Oh nein. Mit dein Atmen. Oh, ich war mit ihm, ähm, ähm, ähm. Also er liegt oben im, äh, Lab da in diesem, in der Rest ist das. Das Lab ist versorgt, Junge. Ja. Also jetzt würde ich da reingehen. Aber da warst du doch gerade. Ja. Ich bin gerade mit zwei Leuten in Electrical und ich bin aber vorher abgebrochen. Ich bin ins Deutschrand. Ich bin gerade bei den Toiletten bei den Kabeln. Ich war gerade fertig mit meiner Task. Ich bin raus, äh, so nice, kam rein. Und, äh, Licht ging aus, äh, ich bin rüber zur Weather Note, hab sie angeschickt. Und er hat doch gesagt, ja, ich steh noch hier. Und, äh, dann war abgebrochen, so. Okay. Weißt du, was ich gehört habe? Ich bin Arzt. Achso, ja, das sagt er schon die ganze Zeit. Nein! Unser Arzt ist geworden. Unser Arzt. Nein. Im, im, im Medical-Trakt. Oh Gott, oh Gott. Nein. Oder? Also es sind zwei Leute zusammen, ähm, wer waren das? Wir waren, wir waren x-tausende vor Lab und... Also ich war mit Stivo zusammen, äh, Lights fixen. Ja, Hamming nehme ich für Dinkel raus. Ich steh bei den Toiletten. Ich steh jetzt in Storage. Ich steh grad in Matt und mach dieses Telescop-Ding. Ich glaub, irgendwas steht, äh, oberen Siefern, oder? Hm. 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 Das ist halt einfach Imposter-Bass wahrscheinlich. Wieso hab ich Imposter-Bass? Äh, Pass, ich... Bass. Wie sag ich? Imposter-Bass, Mann. Bass. Okay. Bass, Bass. Nein, ich war mit Stivo zusammen. Ja, für den Kill kommt Hamming auf keinen Fall in Frage. Wir hatten auch keinen Zass für die ersten beiden, ne? Ich bin ja froh, mal den Imposter-Bass zu haben. Bass. Bass zu haben. Mann. Alter. Ist das schön. Boah. Äh, so. Na gut, dann machen wir die Start-to-Task jetzt mal noch zu Ende, ne? Kann ja nicht wahr sein. Gut gefakt. Gut gefakt. Hallo. Ich hab's direkt geglaubt. Hallo, Stivo. Hallo. 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 Was machst du da? Shelly? Shelly? Shelly hört mich, glaub ich, nicht. Shelly! Shelly, Shelly, Shelly! Shelly hat keine Steuerung R gemacht. Da bin ich mir sicher. Shelly, 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 Shelly. Shelly, ich hör dich nicht. Hallo? Hörst du mich jetzt? Ja! Ah! Ah! Ja! Aber jetzt nicht mehr. Ach ja! Hallo! Na dann nicht. Hier ist wieder keiner. Einfach keiner. Keiner oder einer. Keiner, keiner oder einer. Ich seh' keinen, ich find' keinen. Wo seid ihr bloß? Hallo? Na gut, ne? Ich mach' jetzt lights. Find' ich nicht gut. Hallo? Hallo? Äh, ich seh' keinen, warte. Nee? Hallo? Hallo? Anni, ich hab' ja... Anni, genau, danke. Anni, du hast da was. Alles weggemacht? Anni, kannst du? Anni, kannst du? Danke. Sehr gut. Was sagt man als Polizist so? Äh, äh... Ho, ho, ho. Ähm, nee, richtig. Falsch. Hey, hey, hey. Nein, auch nicht. Auch falsch. Was? Ah! Das ist ne gute Idee. Ach nee, hast noch, hast noch drei, äh, Männer hier. Die Lobby besteht nur aus Frauen. Hilfe. Quasi, ich bin schon wieder. Übrigens auch Tim, danke für den Rate. Ich hab's gar nicht mitgekriegt, weil irgendwie, äh, Stream-Elements gerade wieder rumbackt. Sehr schön. Das, äh, freut mich wirklich. Ähm, naja, auf jeden Fall freue ich mich, dass du vier Persönchen vorbeigeschickt hast. Und, äh, wir hören uns eh später noch. Und, äh, ich bin schon wieder Imposter und, ähm, ähm, werd gleich einmal die Lobby lieben und wieder reingehen, weil so kann's nicht weitergehen. So. Ähm. Was? Alter, ich war grad noch mit Tim anschnacken. Hä? Also, ich hab irgendjemand beim Licht getrollt. Hallo, Franzi. Dropship? So. Wir waren im Dropship. Was? Armin war noch im Dropship? Ja. Ja. Und, Anni auch. Erkannt. Ja. Und du bist die Einzige gewesen, die sich da bewegt hat. Du bist, blöderweise, bist du, trotz das Licht aus war, halt durch meine Vision gelaufen. Hä? Danke für den Follow, Franzi. Dankeschön. Ich bin von, ich bin von, ich bin erst wollte ich durch den Lab gehen, dann ging es nicht aus. Hört ihr mich wieder? Ja. Dann bin ich wieder zurückgegangen, dann bin ich zu euch zwei hochgegangen, bin grad nach oben gekommen und da war auch schon irgendwie vorbeizt. Ich hab halt echt nichts mitgekriegt. Aber du warst halt schneller wie ich. Leute, ich hab halt echt nichts mitgekriegt. Ich hab grad, weil Tim grad bei mir reinkam mit seinen Leuten und ich überhaupt nichts geschnallt hab, weil Stream Elements mal wieder richtig gut funktioniert hat. Also so nice und Hattel waren auf jeden Fall mit mir. Ich hab halt nichts mitgekriegt. Ich stand da halt und ich hab nichts mitgekriegt. Und, und, und Kathi hab ich auch noch gesehen. Aber ich hab da oben, ich hab, ich wollte nur hochgucken, ob noch jemand oben ist und hab da beim Hochlaufen einen Report-Button gekriegt und war aber nicht schnell genug. Aber du bist in meiner Sicht halt nach unten gelaufen. Äh, ich schreib dir kurz. Ich kam von, 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 von draußen, da bin ich auch draußen. Von Malte, da komm ich her. Es sind einfach wieder die zwei gleichen Sachen. Ja, Akaini, das wird kein YouTube-Video für dich. Du hast halt, du hast genug Content. Ich brauch auch kein YouTube-Video, ich hab zwei. Du hast schon genug Content. Ähm, ich bin hochgegangen, da war das Licht schon aus. Ich hab als erstes, ähm, rechts das Labyrinth gemacht vor Labs. Da kam Michellei und ich weiß nicht, wer noch entgegen. Da bin ich nochmal zurück ins Dropship gegangen. Ja, ich, genau. Ja, da bin ich dir entgegengekommen, richtig. Okay, ähm, bitte wieder rein. Da war das Licht aus. Ich hab geguckt und gesucht, wer noch da ist. als erstes Keks gesehen, danach Humming. Und hab gedacht, wir wären eigentlich zu dritt alleine. Wollte gerade wieder weglaufen. Und deswegen wolltest du dann da oben wegmachen, ne? Das kann sein. Und jetzt schiebst du's auf, wow. Das ist deine Story. Ja. Ich werde skippen. Äh, ich skippe auch. Ich skippe auch, aber... Ich kann sagen, ich bin von unten und da. Ja, und das passt halt nicht zu dem, was ich gesehen hab, weil ich hab... Ich skippe auch. 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 So. Kann ich mal eure Bienen boien, Camille? So ein Ding ist das. Wohin es geht, ist scheißegal. Hallo? 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 Was war denn überhaupt los gerade? Ich hab halt... Ich bin, ähm... Warte, ich gerne Räder. Ja? Ja? Na ihr? Ja. Ja, ich höre dich. Hallo? Ich bin zum Lett gelaufen. Also ich bin zum Lett gelaufen. Hab das da drin gemacht. Da sieht das Licht aus. Mir ist Sally entgegengekommen. Und ich weiß nicht, wer der zweite war. Angeblich war es, ähm, ähm, Annie. Und, äh, dann bin ich zurückgelaufen. Licht ist ausgegangen. Ich habe als erstes Keks gesehen. Danach habe ich dicht am Blut rumstehen gesehen. Da habe ich schon wieder Angst bekommen. Und ich habe auch jetzt gerade Angst, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ich hab dich lieb. Hallo? Das sagst du immer, wenn du mich würdest? Hallo. Ja, ich weiß. Hier ist gut, oder? Nee. Okay. Ähm, ja. Ja. Dann bin ich, ähm, wollte ich eigentlich wieder abhauen. Und hab nur euch beide gesehen. Aber stehen wir hier eigentlich hier? Ja, warum denn nicht? Okay, gut. Ich hab gedacht, du musst hier unten den Tags machen. Nee, muss ich... Also, ja, muss hier doch. Upsa. Hallo? Hallo? Ja, keine Ahnung. Franzi hat mir auch mega viel Spaß gemacht. War echt lustig. Müssen wir wieder machen. Franzi hat mich halt gecrossed von oben nach unten und das passt halt nicht. Ja, das ist irgendwie komisch. Das ist sehr komisch. Ich würde mal gerne auf live schauen. Okay. Bin ich dabei? Das ist prima. Und jetzt bin ich tot. Nein. Alter, du hast aber auch echt ein Problem, ganz ehrlich. Was ist denn los mit dir? Wo ist das? Hallo? 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 Wie schaut's aus? Hm, gar nichts. Zwei in Apple. Ja. Zwei in Office, meine ich. Ja, ja, der Stivo ist noch hier gewesen. Gerade. Der ist aber wieder weg. Wo ist das Stivo hin? Stivo. Ach, da ist er! Da ist er hin. Hallo? Du musst ja gerade Wasser aufhören jetzt. Okay, bei. Was willst du von mir? Möchtest du das Licht fixen? Okay. Okay. Jetzt kommt der Elektro in. Nein, nein, nein. Ich bin schon dran. Ich bin schon dran. Kannst du auf mein Licht drücken. Ich... Hä? 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 Hallo? 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 Thanks. Dann mal damit nicht gefixt wurde. Hä? das machst du gut. Gut gemacht. Das machst du sehr gut. Das ist irgendwie mal hier ein bisschen. Wo sind denn die Leute? Ah ja. Ja่. Was? Mit wem redest du? Hallo Aming. Aber mit wem redest du? Äh, mit niemandem. Hä? Jetzt machst du nicht aus, wenn ich nicht so bin, ist es Humming. Hä, was? Mit wem redest du denn? Braun, wenn ich so bin, ist es Humming. Aber ich hör Braun, ich hör Braun nicht, wo ist Braun... Ach, da! Hallo, ich hör dich nicht. Ich hör Braun nicht. Hi, ich wollte mich verstecken. Ach so, ich hör Braun doch, Alter. Hi. Hi. Hey, Anni, wo hast du den gefunden? In Electrical. Danke, ich hab noch schnelles Licht gemacht. Ich kann halt einfach nichts machen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich war unten in O2 und ich bin hinterher gelaufen. Ach so. Und dann warst du plötzlich weg. Ich hab noch ganz schnelles Licht angemacht und direkt reportet. Ich hab dich auch nicht gesehen. Nee, ich bin auch nicht, ich bin da oben gelaufen. Ich bin da rechts rausgelaufen zu, ich hab Humming und Nicole gerade gehört. Also, also, Haffelchen hat mit imaginären Leuten gesprochen. Und dann haben wir Nicole getroffen. Was für imaginär. Alter, Haffelchen. Das klang echt komisch. Haffelchen macht zwei Shots. Ist so. Diese Eleganzen gibt es nicht wirklich. Was? Humming, wo bist du hergekommen? Äh, aus, aus, ähm, Admin. Da hab ich kurz drauf geguckt. Aus dem Vent. Aus dem Vent. Aus dem Vent. Genau. Aus dem Vent kam ich. Nein, ich kam aus Admin. Sag mal, wo kommst du denn her? Schade, ich halte die Ton. Aus Schlumpf aus dem Fittelsier. Aus dem Admin, bitte, sehr. Aus dem Vent. Wenn Humming jetzt schon wieder Imposter ist, ne? Dann muss, dann muss die nächste Runde einfach Farbe wechseln. Wenn Humming Imposter ist, ist das auch Anni Imposter. Ich skip jetzt. Ja, das ist Anni Imposter. Wenn Humming Imposter ist, dann muss Humming nächste Runde Farbe wechseln, Mann. Aber ich, wieso? Ja, aber nicht im, also Farbe wechseln mache ich im Stream. Ich kann dann gerne mal die Lobby irgendwie liefen und wieder rein, aber nicht Farbe wechseln. Also, ich muss euch sagen, es ist mir halt immer nur ein Kill gefallen. Haffel? Wirdst du mir was sagen? Hä? Warum? Du bist die ganze Zeit bei mir und du bist es noch kein Kill. Du hättest, die beiden rennen die ganze Zeit miteinander rum, das hab ich gesehen. Okay. Hätte ich dich tot gewollt, dann wärst du tot. Das merken wir uns jetzt. Huch. Ne, jetzt lauf ich nicht mehr mit dir rum. Ich glaub, Nicole muss sterben. Ja, okay, dann lauf ich jetzt mit dir rum. Und Anni weiß das auch. Hallo? Hallo? Ich hab was gehört. Hallo, Masel. Was machst du da? Ich hab meine Storage-Tast angefangen. Cool. Hast du gerade das Licht ausgemacht? Ne, ich hab das Licht nicht ausgemacht. Wollen wir es anmachen? Ne, ich mach dich aus. Hm, 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 hm. Wer hat denn das Licht gefixt? Ich war nicht mehr schnell genug. Oh. 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 Dann nicht. Super. Ich war... Hm. Wer hat denn das Licht gefixt? Ich war nicht mehr schnell genug. So. Äh, Anni war... Ähm... Ich war, ich war am Licht. Wer war denn überhaupt am Licht? Keine Ahnung. Ja, ich war am Licht. Also ich war... Ja, wollte ich gerade sagen, ich war als erster da. Und ich bin gerade so... Und ich bin gerade so... Okay, am Wasserrad, da ging das Licht aus und dann bin ich straight up nach oben gerannt und hab direkt das Licht gefixt. Okay. Schneller ging nicht, tut mir leid. Wo hast du die Leiche gefunden? Ähm, über, oberhalb von, äh, Storage. Und ich war in Lab und hab dann gesungen, das Lied, was ich gerade gesungen hab, und kam da so rausgelaufen, so ganz fröhlich. Wer hat denn das Licht gefixt? Ne, und so weiter. Und dann lag plötzlich der Son ist da. Ja. Okay, Arne, wenn du mich jetzt rausvoten willst, dann weiß ich, dass du es bist. Weil ich bin's auf jeden Fall nicht. Ich bin die ganze Zeit mit Haffel unten im Weapons gewesen. Ich hab gesagt, als wir dann in Comments gegangen sind, hab ich gesagt, geh jetzt das Licht fixen. Und seitdem ist Haffel weg. Es ist halt voll... Warte mal, wer... Ich hab euch tatsächlich nicht gehört unten beim Wasserrad. Also, ich weiß nicht, ob das nicht bis dahin geht. Ich hab euch nicht gehört. Wir waren in Weapons und dann in, äh, in Comments zusammen. Aber ich glaub, ich glaub nicht, dass es... Ich glaub wirklich nicht, dass es Nicole ist, weil, ähm... Wir das ja vorhin von Haffel hatten, von wegen, äh, wenn, wenn Nicole stirbt, bin ich so ein bla und... Ja. Das wär halt irgendwie doof. Also, ich hab immer noch die harten Akani-Vibes von dem ersten Kill. Kathi nehm ich für diesen Kill auf jeden Fall raus. Na, aber es sind doch zwei Leute gestorben, oder? Also, ich hab ganz... Also, ich hab ganz... Das tut mir leid, aber du lebst halt immer noch... Wer ist denn noch gestorben? So, nein? Du lebst halt immer noch Stivo. Ja, und ich glaube halt echt, dass er in der ersten Runde diesen Kill gemacht hat und auf mich schieben wollte, weil ich hab ihn nicht gesehen. Ich, ich frag mich halt, wie er mich gesehen haben will. Also, versteh ich nicht. Ja, aber Stivo kann den Kill gerade nicht gemacht haben, wenn wir stehen zusammen ins Besseren Nein, von der ersten Runde. Ja. Hä, ist da doch Nicole? Nein, 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 nein. Jetzt schiebt es nicht auf mich. Nee, 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 nee. Oder Aschani. Ich, ich weiß es halt nicht. Ich wote jetzt auf Stivo, weil von der ersten Runde... Boah, ich weiß es halt nicht. Wir wissen ja auch nicht, wann Shelly gestorben ist. Boah, ich weiß nicht. Wen habt ihr gewotetet? Wen habt ihr gewotetet? Ja, Stivo. Aschani. Ah, Aschani. Ah, okay. Was? Wir können ja nur so falsch sein. Musste ich leider mitgehen. So. War klar. Ja. Geh, geh. Oh, okay. Alter. Tschüssi, Betrüger. Ist gerade ein Doppelkirchen. Hä, warte mal, aber dann... Ja, aber dann musste ja der andere... Was ist ja Kati da? Äh, nee, nicht Kati. Ihr wart zusammen. Dann muss das andere Nicole sein. Ihr und Nicole. Dann muss das andere Nicole sein. Ja, aber das Ding ist, war so nice schon davor tot, weil Haffel ist ja auch gestorben. Ich weiß es halt nicht. Und ich dachte, wir waren... Ich war halt im Lab, ich hab mal meine Weathernote da angeklickt und Teleskop musste ich noch machen und dann bin ich halt rausgelaufen mit diesem wunderbaren Lied, was ich euch schon, ne, gezeigt habe. Nennen wir es so. Und dann lag die Leiche da. Die beiden waren halt am Licht, ne? Und ihr wart in Dingerns. Das wäre das Beste. Da hängt gerade auch Nicole. Ich hab, ehrlich gesagt, Humming Vibes. Und ich glaube, jetzt passiert gleich so viel. Ich muss nur noch Communication und zweimal Lab. Äh, ich muss noch kurz ein Specimen... Ich muss auch noch Koms, kurz noch. Um den Download-Zender zu machen. Ich muss auch noch Koms noch kurz meinen Hebel hochmachen und, ähm, uploaden. Ja, ich komm mal mit und mach da... Geht ihr lang? Ich geh hier lang. Okay. Oh Gott, nein. Oh, du läufst den falschen Weg. Hey, hey. Ich muss noch nach O2, du auch? Ich trau dir nicht, Humming. Du bist sonst immer in den Camps. Nee. Nee, nee, das bist du. Das bist du, die immer in den Camps ist. Hast du irgendwas gesehen? Ich war. Hä, doch. Humming ist es. Hä, doch. Oh mein Gott. Okay, ich kann nicht voten. Was kannst du nicht? Ich kann... Bin ich... Sind wir gerade in dem Report-Button? Hä, was... Was ist denn jetzt? Ich hab gerade reportet, aber ich kann nicht, äh, voten. Ähm... Gut. Ja. Das ist natürlich schade. Ja. Ja. Humming war's. Nee, Nicole war's. Nein, es war wirklich Nicole. Nein, es war... Es war wirklich Nicole. Ich bin gerade ja, wie gesagt, ich bin ja nach Communications gelaufen, wie ich es euch noch gesagt habe. Und wir haben ja vorher auch schon drüber gesprochen. Ich kann natürlich jetzt nicht voten. Und, ähm... Ich bin runter Specimen gewesen. Bin über den Lab. Und die Leiche liegt vor... Nö. Du warst nicht in... Wann bist du denn bitte nach Specimen? Hä? Ich bin direkt... Ich hab gesagt, tschüss ihr Betrüger und bin runter. Also. Ja. Und war ein Specimen. Aber ihr habt sie ja nicht mehr gesehen, oder? Aber haben die nicht zusammen los, Stivo und du? Nee, Stivo ist nach oben abgehauen und ich bin nach links abgehauen. Na, wo liegt denn die Leiche jetzt? Ich bin runter in Specimen und bin jetzt durch Lab gelaufen. Puh, schwierig. Ich hab da sogar meine Dings-Task gemacht. Meine Simon Sells und hab die sogar einmal verkackt. Weil ich mit den Geistern sprechen wollte. Nee, warte. Nee, warte. Ist gar nicht so schwierig. Ich hab Cati reingehen sehen. Und Stivo ist, wie gesagt, nach rechts rausgelaufen. Aber wieso haben wir ihn jetzt gerade... Hä? Wieso haben wir ihn da gefunden? Ja, aber wo liegt denn die Leiche gerade genau? Der liegt vor Storage. Na, weiter runter, ja. Ja, also vor Storage. Direkt bei dem Comments-Ding da in der Nähe. An der Ecke zu dem Office. Hä, der wollte doch auch nach Lab. Nee, er hat eigentlich nicht gemeint, er geht nach Lab. Oh, keine Ahnung. Das Imposter-Tewon, weil ich es nicht voten kann. Oh, scheiße. Cati, wen würdest du nehmen? Ach, Leute. Cati, entscheid dich. Dann ist es in meiner ersten Runde. Cati, entscheid dich. Ich nehm Nicole. Naja, Cati ist Imposter. Nö, sonst hätte ich jetzt Stivo schon letzte Runde weggemacht. Ich bin Imposter. Ich hätte mich jetzt selber gewählt. Wenn Cati mich gewählt hätte, einfach der Fairness wegen, weil du ein Buck hast. Aber da Cati sich für dich entschieden hat. Ich stehe halt direkt über der Leiche. Jaja, ich hätte wirklich mich selber gewählt, weil du ein Buck hast. Ich wäre da fair gewesen. Ja, Gigi. Ja, ist kein guter Win. Also, alles gut. Deswegen hab ich gefragt, wen du wählst.